F***ing Famous Zepster Toxifus Everyday Saturday Wuh Everyday Saturday Everyday Saturday Wuh Ja man Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video Diesmal spielen wir eine kleine Runde Maulcraft Und das ist jetzt mein erstes Mal da ich das spiele Und ich hab keine Ahnung wie das geht Beziehungsweise ich weiß schon Im Prinzip wie es geht Aber nicht wirklich Gibt's hier irgendwie Kisten oder so Okay anständlich Weil er sonst mal Erde weggraben muss Ja und er sieht Er hat halt vergessen dass man ihn sieht Wenn er Rüstung an hat Aber ich fläge halt ein bisschen Wow und was ich eigentlich ansprechen wollte Ist nämlich falls ihr euch jetzt denkt Das Video ist so ultra hoch Und so ist wie das letzte Video Geht tot Und ich möchte halt eigentlich ganz gerne meinen Uploadplan einhalten Deswegen kommt jetzt sowas Weil ich weiß halt immer noch nicht was ihr sehen wollt Und da bringe ich halt einfach irgendwas Und hoffe dass es gut ankommt Und warum ist mein Ping jetzt schon wieder hoch Alter das war so nice Hä Leute woher weiß er das Ich war doch unsichtbar Ich meine man sieht die Partikel aber trotzdem Aber macht euch keine Sorgen Ich habe auf jeden Fall eine gute Idee im Kopf Für ein Video Sollte dann theoretisch in Nice Oh nein 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 Ein Herz Das Video sollte dann in zwei Wochen den Montag kommen Weil ich bin halt dieses Wochenende nicht da Und war letztes auch nicht da Und da komme ich nicht zum Aufnehmen Und ich brauche halt etwas Zeit Am nächstes ist dann genug Zeit da Das heißt aber auch leider wird nächsten Montag wahrscheinlich auch kein Video kommen So wie diesen Und ich habe mir vorne schnell in den Rahmen gebastelt Weil man ihn nur noch hier so sieht So um mich rum Nein! Huh! Mal gucken ob ich ihn try hunt kann Okay anscheinlich Fuck alter warum leg ich es soo Und dann würde ich sagen wenn nicht das Video gefallen hat Gib mir einen Daumen nach oben Und wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao